Rühr dich nicht von der Stelle. Ja, keine Bewegung, du. Ja, komm schon. Das ist Jeff. Ja, das sehe ich. Der Kerl ist so dämlich. Ja, das weiß ich. Habt ihr zufällig einen Hammer dabei? Glaub's einfach nicht. Nicht heute, ich ertrag's einfach nicht. Ausgerechnet heute. Kannst du das verstehen, Ray? Ich ertrag das wirklich nicht. Geh bitte nicht ganz ruhig. Shh. Ich halte ihn echt nicht aus, Mann. Schon gut. Komm, entschuldige bitte. Ich würde gern meinen Geburtstag feiern. Hey. Hey. Hey, dass du Jeff gesappt hast, ist doch vollkommen in Ordnung. So, und nun geh schon, Birthday Boy. Wirklich? Ja, ich erledige das. Ich kann verschwinden? Los, hau ab. Danke, Mann. Mein Dad hat eine Torte von diesem Mexikaner gekauft. Und wieso sind wir dann jetzt nicht bei dir zu Hause und feiern deinen Geburtstag? Na, weil Superhelden und ihre Sidekicks niemals frei haben. Das hast du mir vorhin gesagt. Ja, aber jetzt will ich Torte. Also los. Dann gehen wir durch die Tür. Dann mach die Tür auf. Ich hab meinen Boss dabei, Ray. Ihr kennt ihn ja. Hey, hi. Na, wie geht's? Alles klar. Wo ist die Torte? Ich will Torte. Torte, ja, Bruder. Hey, ich will auch ankommen. Hey. Los, hier hat sich ganz kaum noch erwartet. Happy Birthday to you. Notfallanruf. Wir müssen sofort los. Notfall? Was meinen Sie damit? Eine gute Frage, Henry's Mom. Äh, das, ähm, also wissen Sie, das ist, äh, hier bloß zum Erinnern. Damit ich nicht vergesse, dass ich noch eine Überraschung habe. Ich hab da etwas vorbereitet. Ein Feuerwerk? Ja. Ein Feuerwerk. Ein privates Feuerwerk, das nur Henry und ich sehen dürfen. Und das beginnt gleich, also müssen wir los. Aber fangt mit der Torte nicht ohne uns an, habt ihr verstanden? Bis gleich. Hey. Was tust du hier? Ich will hier die Klimaanlage klonen. Und wozu brauchst du so ein Ding? Was fängst du damit an? Du weißt, dass ich wieder zu meiner Mutter gezogen bin? Nein, woher soll ich das wissen? Und sie hat keine Klimaanlage. Das weißt du aber bestimmt. Das weiß ich auch nicht, Jeff. Okay, also, du weißt ja, wie schnell ich schwitze. Ja, also, das weiß ich schon. So, nun aber nicht mehr, Baby. Jetzt hab ich ja das Ding. Und jetzt hilft mir mal, das Ding rauszuschaffen. Du hältst dich an meiner verspitzten Taal gefest und dann... Ja, wieso? Wieso? Nein. Mist. Hey, hey, Mom. Hallo. Hey, Henry. Hier sind sehr viele Menschen, die deine Torte essen wollen. Und Jasper denkt, dass sie gleich schmilzt. Ich kann sie nicht mehr lange kühlen. Und ich hab wirklich alles versucht. Und wir können die Torte erst dann essen, wenn die Kerze an ist und wir Happy Birthday gesungen haben. Oh, klar. Deswegen singen wir nun durchs Telefon. Was? Nein, nein, das ist... Bitte nicht. Rückt alle schön dicht zusammen. Nein, ich will... Hey, Kid Danger. Wir sind spät. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Kid Danger, bist du da drin? Sing ein bisschen schneller, bitte. Happy Birthday to you. Danke, ich liebe euch. Bis dann, esst meine Torte. Was hast du unter der Tür getan? Nicht die Torte gegessen. Ist hier jemand? Hallo. So viele Milchsorten. Super lecker.